Hallo, wir sind hier heute bei Leni in meiner Heimat und wir pimpen ab das Bathroom oder wir pimpen ab das Badezimmer, würde ich mal sagen, ja und jetzt klingeln wir rüber, gucken wir auf Leni, auch das! Guten Morgen! Hi Leni! Willst du wieder da sein, hier in Vechta, in unserer Heimat? Hallo! Wie lange haben wir es gesehen? Hallo, wir sind wieder da. Ja, die Olli machen das ja nur dreimal. Eigentlich viel schöner, aber deswegen haben wir auch mehr Corona. So, ihr Lieben, ich freue mich heute total, weil Mächtel Wilke wieder hier ist. Endlich! Hallo! Mit dem ganzen Team vom Designershaus. Und beim ersten Mal, das war im März, da wart ihr schon hier und wir haben Accessoires ausgesucht für das Badezimmer oben. Jetzt geht es weiter. Ja. Bin sehr gespannt, wie es beim ersten Mal aussah, das könnt ihr euch jetzt mal angucken. So, Mächtel, dann zeige ich euch mal das Badezimmer. Hier müssen wir rein. Wir sind so ganz gespannt. Ja. Also, wir haben ja, die meisten Leute sagen ja dann auch, brauche ich jetzt unbedingt Gardinen oder brauche ich einen Raffrulloch? Ich finde, das ist noch super gemütlich, so eine Fensterdekoration, das macht das sehr gemütlich. Und dafür haben wir nämlich Herrn Landwehr mitgebracht. Ja, Herr Landwehr, der hat nämlich schon so viele Jahre Berufserfahrung. Was würde er uns denn jetzt empfehlen? Ja, es gibt ja zwei Sachen. Oder auch mehrere. Aber ich finde meine Holschersee ganz schön. Ich werde das mal hier mal zeigen, dran halten. Das hat also den Vorteil, dass man es noch mal kippen kann und man kann rausschauen. Hat man ein Stoffholo, dann zieht man es runter und dann ist es komplett zu. Ist aber ein bisschen technischer. Ein Stoffholo ist halt ein bisschen wohnlicher. Die gibt es aber in verschiedenen vielen Farben. Können wir gleich im Katalog nochmal nachschauen. Dann passt man da raus, ob wir weiß oder noch ein bisschen Farbe. Da haben wir jetzt diesen Katalog. Genau, das sind hier im Endeffekt die Farben. Also wenn man sagt, man macht Ton zu Ton, du willst jetzt Grau wählen, also so wie die Fliesen quasi sind, dann wäre das Ton in Ton. Oder aber man nimmt eine Kontrastfarbe und sagt dann so, jetzt mache ich richtig schwarz. Schwarz. Oder dunkelgrau, weil schwarz ist ja zur Zeit weiß und schwarz, ist total abdullate. Es gibt auch außen Metall, wenn man lieber Metall möchte. Und jetzt kommen wir gleich zu den Holzsorten, dass man dann sagt, so, ich möchte doch lieber ein bisschen was holzartiges haben. Da gibt es für alle Geschmäcker, gibt es da verschiedene. Ich hätte jetzt so gedacht, schwarz. Eine schwarze Schal muss ich machen, finde ich auch gut, weil wir suchen ja gleich noch ein paar Accessoires. Du kriegst ja zum Geburtstag ein paar Watt-Accessoires, habe ich gehört. Und dann kann man natürlich dann jetzt auch schön mit weiteren Accessoires in schwarz arbeiten. Auch hier ein Muster wieder mitgebracht, damit man es besser sehen kann. Im Grunde genommen einfach mit der Kette schnappen. Und dann gibt es da auch wieder einen Katalog, wo es ganz viele verschiedene Farbtöne von Stoffen gibt, gestreift. Pass auf, was das jetzt begehrt. Auf der Rückseite haben die nämlich solche Stäbe, damit das noch mal ein bisschen moderner wird. Ach so, da sind so Stäbe. Dann hängt das auch richtig schön gerade. Und es ist super einfach zu bedienen. Und das ist eben das Schöne, dass diese Stäbe da dran sind. Warum man manchmal wirklich einen Raumerstatter gebrauchen kann, finde ich immer wieder, ist ja, dass man, wenn man das jetzt mal hier sieht, diese Situation ist ja nicht so einfach. Weil man hat zwei unterschiedliche Höhen. Hier sehen wir jetzt ja mal ein Fenster, das ist höher und dieses Fenster ist niedriger. Und eine beginnende Schräge. Ja, und jetzt kommt der Landwehr. Ich demonstriere das auch immer ganz gerne, dass, wenn ich tiefer gehe, wird das Fenster immer niedriger. Gehe ich nach oben, wird das Fenster größer. Und insofern gehe ich immer sechs Zentimeter drüber und dann würde ich die Flanusie dort ansetzen. In diesem Fall würde ich von der Decke kommen. Das heißt also unterschiedlich von der Decke? Ja, unterschiedlich, weil wir haben jetzt auch ja unterschiedliche Fenstersituationen. Und das stört uns auch nicht. Genau. Und insofern kann man das gut und gerne unterschiedlich setzen. Wir haben ja eben gerade schon die Holschalusie rausgesucht und was haben wir gedacht? Was kann man da schönes kombinieren? Warum schwarz? Und Leni findet nämlich schwarz und weiß total schön und weiß-grau auch. Ja. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir das doch in einer Farbe wie die Holschalusie. Jetzt ist ja die Frage, nehmen wir die in eckig oder nehmen wir die in rund? Gut. Hier haben wir sie nochmal in rund. Ich würde die, ich glaube eher in rund nehmen, ehrlich gesagt. Ja. Und dann vielleicht irgendwie eine eckige Schale oder so dazu oder irgendwie für die Aufbewahrung noch ein bisschen was eckiges. Aber ansonsten, also ich tendiere wirklich eher zu rund. Ja. Tolle Tablettes. Ja, das meinte ich, genau. Schön. Und Wattebräuchchen. Du kannst auch einen schönen Duft machen. Aber das ist auch so eine Serie. Das ist so eine italienische Firma und da kann man immer nach und nach bestellen. Ich finde, das ist auch, das muss immer auch gar nicht sofort alles perfekt sein. Sondern ruhig mal nach und nach mal was. Und ich finde nämlich auch in der Tat, finde ich ganz schön an diesen Schwarzen ist, dass da sogar auch die Bedienung hier in Schwarz ist. Und wir dürfen nachher nämlich bei Leni auch sein, wenn das alles eingegroert ist. Dann kommen wir wieder. Hallo. Wir sind jetzt hier bei Leni. Leni ist immer so süß. Dann gibt's euch noch einen ganz großen Kaffee. Und guck mal, was wir mitgebracht haben. Entschuldigung, bitte seht's. Wir sind jetzt hier bei Leni. für heute kommt von zwischendurch. Wer Es geht um 19. Es geht um 20. Von похragen. Designer aus Damon nach dem investing. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.